Okay, was ist das? Oh, sind das wieder Burger? Ja. Vor allem, da ist null Platz. Man fällt da voll runter in der Mitte. Bei den Fritteusen und bei den Pfannen. Ja, bleibt einer nur in der Mitte stehen und... Schnippelt mir Zwiebel, Zwiebel, Hähnchenfleisch. Oh, was mach ich denn da? Ihr könnt doch da oben schnippeln, gell? Oh, das hab ich gar nicht gesehen, sorry. Werft mir zu, nacheinander. Oder werft in die Pfanne, genau. Genau. Ich hab sonst Angst. Genau. Noch mit Zwiebel. Warte, ich sterbe gerade. Also Brötchen auf meine Teller. Noch ein Fleisch in meine Pfanne. Was hab ich... Brötchen kommt immer drauf, ne? Äh, ja. Und jetzt hab ich langsam den Überblick verloren. Ist das da fertig? Käse hin... Okay... Guck. Fleisch... Okay... Ähm... Wattest du gerne, Wanny? Platz? Ich hab keinen Platz irgendwo. Irgendwas abzustellen! Alter! Ähm... Ich bin voll raus. Leg dir Käse drauf, jetzt darfst'n schneiden. Danke. Da rechts muss ein Brötchen drauf und ein rotes Getränk. Da rechts unten. Mach das mal irgendjemand. Warte, das Brötchen... Ich hab das Brötchen in der Hand! Okay, die Schwierigkeiten ist, wir haben einfach keinen Platz. Ja, richtig. Tu das mal raus. So, jetzt... Fleischbröt links unten das Bett raus, bitte. Links, links unten. Okay. Raus. So. Jemand muss den Knopf drücken. Wo ist der Knopf? Ich brauch grünen. Ja, ich hab den. Nochmal. Okay. Ähm... So, hier ist Fleisch und Brötchen. Ich brauch erst mal hier... Gelbes Getränk. Gelbes Getränk. Haben wir einen Käse? Okay, wir brauchen Käse. Ich darf es einen Käse bringen. Mann! So, dann brauch ich die Kartoffel hier mit nem fertigen Fleisch. Hier. Da ist mein Käse. Das hier oben kann raus. Warum hast du den Käse weggeschmissen? Der war geschnippelt. Ja, das war keine Absicht. Das links oben kann raus. Ja. Ja. Grüner Knopf. Danke, das kann rauskommen. Oder ähnlich, oder wie auch immer. Ähm... Drei Huhn. Zwei Huhn. Zwei Huhn. Zwei Huhn. Zwei Huhn. Ähm... I just died. Zwei Kartoffeln. Hier ist ne fertiges Huhn. Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich auch noch zwei haben. Danke. Weißt du aber. Vielleicht ist es in der Panne. Du hast... Kartoffeln. Zwei Kartoffelschnibbeln. Das war genau das, was ich nicht wollte. Warum hast du es denn dann gemacht? Ach, die Hähnchen. Den Hähnchen. Ja. Und den... Hähnchenkäse. Die hat er nur noch mit Kartoffeln für. Ja, hier. Hier. Kartoffeln sind gleich fertig. Hier. So. Und dann haben wir... Hähnchen. Ne, das haben wir noch ne... Hähnchen. Hähnchen, was ich bestellt habe. Ist aber noch nicht da. Niemand hat mein Hähnchen... Ja, okay. Dankeschön. Bitte. So... Zwie... Warte mal... Zwiebel! Wo soll das hin? Äh? Das ist schon fertig. Da muss noch ein gelbes Getränk drauf, ne? Nein, das ist das... Schnitt! Kirsi, das ist das dritte. Das ist das dritte. Das zweite und das dritte ist schon fertig. War das erste noch nicht. Ist das dritte? Kartoffeln? Ja, theoretisch. Ach, deswegen werfe ich's auch daneben, weil da keine Körbe drin sind. Okay, scheiß drauf. Wir haben eh keine... Keine Zeit mehr. Ich tu das raus, weil das ist fertig. Ich tu das raus, weil das ist fertig. Wir haben zwei Körbe mit Zwiebeln und wir haben drei Körbe mit Zwiebeln! Kein Atem! Ich brauche Kartoffeln! Keine Zwiebeln! Sollen die alle furzen, oder was? Weg da! Hallo, ey! Zwiebel wegschmeißen! Das will keiner! Ich tu's trocken raus! Egal! Ich will die Zwiebeln drin haben, ey! Das geht ja gar nicht! Das sind die Halbe! Können wir uns vielleicht einigen, dass wir links auf diese Zwischendinger die Gerichte machen und rechts irgendwie Zutaten oder so, dass das so ein bisschen aufgeteilter ist? Andersrum! Rechts sieht der Ball, weil die rechts raus müssen! Ja! Geht auch! Geht auch! So, also ich kann gerne, ich hab ja da unten, hab ich ja Zwiebel-Dingens-Dingens. Manni, du sagst mir, was du brauchst und ich schmeiß das direkt in die vier Türsen! Da müssen halt nur immer die Körbe drin sein! Und ich mach das gleiche oben mit dem Fleisch! Ja! Okay! Und ich tu dann auch die Tablets in der richtigen Reihenfolge! Richtig! Ähm... Ich kann mich hier irgendwie bei mir hin und her bringen! Kann irgendjemand die Getränke machen noch dazu? Weil ich kann... Da unten! Ich bin am Knopf! Du musst doch oben eine die Getränke holen! Nee, ich mach die Getränke und du knopfst! Okay! Ähm... Rechts sind ja dann vier Tabletts! Von oben nach unten ist es von eins bis vier! Ja! Also sollen die da bleiben? Ja! Oder sollen wir die nach rechts? Nee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sag, ein rotes Getränk auf das zweite Tablett, ist es von oben nach unten gezählt, das zweite! Eins, zwei, drei, vier! Okay! Oben links, unten links, oben rechts, unten rechts! Die Tabletten stehen doch alle rechts, haben wir gesagt! Rechts steht vier Tabletten in einer Reihe! Und ich mach immer ein Brötchen drauf, bevor ich die rübertrage! Alles klar! Okay! Ja! Rechts hab ich immer vier Brötchen Tabletten, die ich fülle! Von oben nach unten, eins, zwei, drei, vier! Ich kann gerne spülen! Ähm, Elik, was machst du? Getränke! Ich hab gesagt, ich spüle und mach die Brötchen auf die Tabletten! Ja! Komm, du schnibbelst und knopfst, das reicht! Dann kann ich... Dann kann ich... Ich kann sonst versuchen, die... Weil ich hab da unten wahrscheinlich auch wieder ein bisschen... Wer macht jetzt die Getränke drauf? Ich! Okay! Ich... Ich knopfe und ich kann... Ich steck... Ich steck die dreckigen Tabletten unten in die Spüle! Und dann brauchst du nur noch spülen und dann die Brötchen drauflegen! Okay! Wer kommt die Tabletten raus? Ich! Okay! Wenn ich die Getränke drauf mache! Ich bin gespannt! Okay! Kann nur schief gehen! Dann brauchen wir als erstes! Äh... Zwiebel! Zwiebel und Käse... Kirschi, Huhn und Fleisch! Okay! Danke, Conan! So komm ich auch durch! Konn und Zwiebel! Ja! Kirschi, Huhn! Du kannst jetzt schon mal auf Gelb knopfen übrigens! Das erste kann raus, ja! Moment! Ich knopfe... Gelb! Danke! Danke! Ich hab gesagt, ich hol dir die Dinger! Achso! Was brauchst du? Was brauchst du? Zwei Huhn! Kann ich was brauchst du? Ja! Ach Gott! Alles! Karotte! Nein! Keine Karotten! Kartoffeln! Zwiebel! Danke, Conan! Ach, einfach alles einmal! Okay, gut! Ich will mir das mal kurz! Sobald ich wieder lebe, alles gut! Okay! Ähm, kannst du Rot schonmal machen? Rot! Kirschi, abstellen! Komm rüber! Kirschi, raus! Krieg das doch hin! Kirschi, das nächste raus hier! Tu das raus, bitte! So dass es weg ist! Was brauchst du, Vanni? Äh... Zwei Huhn! Kartoffelkorn? 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 Ich muss dir mehr sagen, gell? Von alleine kommt da nix! Ich war gerade am Kohl holen! Ah! Sag nochmal, kannst du mir die Bretter holen, Colin? Danke! Einfach hier hinlegen! Merci! Der zweite kann raus, ne? Nein! Ne, das ist ja nicht das erste, was gemacht werden muss! Äh, da fehlt noch ein Käse, ne? Oder? Ja! Oh Gott, ich bin fast abgestürzt! So, das raus! Alter, es ist so chaotisch! Das kann auch raus! Ja! Ich hab hier nicht genug Tabletts! Ähm... Raus! Noch ein Hackfleisch in meine Pfanne! Oh, Fall nicht runter können! Oh, können! Was soll ich tun? Dann beim dritten gelbes Getränk und raus! Knopfen bitte einmal! Auf was? Gelb! Ah! Das war knapp, ey! Manni, wo sind die Körbe? Entschuldigung, es hat fast gebrannt! Ach so, Entschuldigung! Ja, alles gut! Alter, es brennt grad alles! Die Oma ist gestresst! Fuck, das sollte nicht da drauf! Fleisch! Da! Gib mir mein Fleisch wieder! Ähm... Danke, du! Ähm... Wo ist mein Käse? Da ist mein Käse! Okay, warte! Ich bin gestresst! Wo ist meine Kartoffel? Da oben ist meine Kartoffel! Nein, die ist da! Alles gut! Grünes Getränk da unten und raus! Hühnchen in den Pfannen! Ich hab mein Hühnchen! Wo sind meine Brötchen-Tabletts? Ich kann so nicht arbeiten! Ich bin abgestürzt mit Brötchen-Tabletten! Ich komm halt auch nirgendwo durch! Das ist halt kacke! Hier gibt's kein durch! Richtig! Das beschreibt das Problem da, wo wir sind! Oder zwei Sporte! Hier ist die da oben! Ein grünes Getränk drauf und raus! Das war wieder nix, oder? Alter! Passt 200! Brötchen-Tabletten! Kartoffel! Hab ich auch da! Ich bin abgeschüttet! Der Kartoffel ist nicht vorbei! Ich auch! Jetzt ist Platz! Oh, jetzt brennt's! Egal! Das geht so nicht! Brauchen wir fünf? Sieben! Ich hab Konten... Ich fand uns gar nicht so schlecht! Ich hab Konten so wenig Sachen, als er reinschmeißen soll! Ähm... Und meine berühmten Tablets waren zu langsam! Kann man Tablets werfen, Lena? Nein! Du kannst die Tablets aber gerne, damit wir uns nicht im Weg stehen! Pack mir die irgendwo an die Schnüffel! Ich steh mir die unten fertig hin und ich stell die einfach nur eben kurz! Oh mein Gott, ja! Ich stell die aufs Schneidbrett! Oh mein Gott, das ist so klug! Ach, wo hin? Okay! Okay! Und dann... Bani, du sagst mir dann, was du brauchst! Ich versuche auch selber ein bisschen zu gucken, aber... Gut, wenn da nur ein Brötchen gibt, dann muss das auf dem Tablet drauf kommen! Bitte sehr! Ja, okay! Äh... Zwei Huhn! Korn und Käse! Käse... Und sonst nichts! Okay! Ja... Lass mich... Korn und Kartoffel! Korn und Kartoffel kommt! Korn und Kartoffel steckt! Moment! So! Käse... Das obere kann raus! Sehr cool! Käse... Noch einen Hohn! Ups! Oh Gott! Käse... Das zweite kann raus! Käse... Und beim dritten noch ein grünes Getränk! Und raus! Korn und Knopf ein grünes Getränk! Ich komme! Korn, Kartoffel, Käse, Zwiebel! Oh Gott! Armer Korn hin! Ähm... Manni, welches Fleisch brauchst du? Ich hab keinen Platz! So... Cashew unten gelbes Getränk! Korn gelbes Getränk! Alter, auf Tabletz! Auf den Hähnchenburger da oben! Ja... Ich hab keinen Platz! Ehm... Ehm... Weil jetzt passt das wieder nicht, Walter! Es geht nass! Kann mal einer! Ja, ne, es ist einfach kein Platz in diesem schönen Level! Scheiße! Die Pfanne hier muss weg! Du darfst auf den Boden! Okay! Käse wie bei dem unteren ein grünes Getränk! Kornelig grünes Getränk! Colin hat schon! Käse wie bei dem oberen ein rotes Getränk! Knopf ein rotes Getränk! Korn... Zwiebel... Zwiebel... Zwiebel? Ähm... Tut doch endlich weiter! Blätter zu diesem Hähnchenburger da oben! Ja, ich bin dabei! Alter! Ah, ich bin grad gestorben! Hier wird nicht gestorben, hier wird gekocht! Da muss ein rotes Getränk draus haben! Korn, Kartoffel! Ich bin damit gestorben! Es tut mir so leid! Oh mein Gott! Jetzt will ich voll raus! Ähm... Cashewfleisch... Nein, Huhn! 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 Zwei Huhn! Leute, ich hab'n Dings versemmelt! Ja! Jetzt schmeiß' ich edig hier Hähnchen auf die Füße! Ich hab auch gar nicht so was basteln! Okay... Ähm... Weg, weg, weg! Cashew, du kannst hier oben... Schau' mal... Äh... Rotes Getränk! Genau! Stell's ab! So! Raus! Cashew, lass da unten raus! Ähm... Käse... Kartoffel... Cashew, noch ein Fleisch... Oh! Danke! Bitte sehr! Ich leg's hier oben hin! Warte, ich nehm's gleich... Noch ne Kartoffel kommen! Ähm... Gelbes Getränk! Alles gut! Ach so, das war der Fick geplant! Ja, spülen! Danke! Ähm... Ist da unten noch ne Kartoffel drauf? Ja, ich hab' ich hier... Das kann raus! Äh... Kartoffelkäse! Äh... Ich bin immer zu langsam mit dem... ...kommen und ansagen... Wuh! Ich bin gestorben und die Pfanne lebt! Ja, weißte eh nicht mehr! Ja, weißte eh nicht mehr! Das geht's doch nicht! Tausendeinhunder war das schlechtes vorhin! Ja... Also ich kann, wenn ich alles richtig mache, habe ich so ein bisschen leerlauft, dann kann ich eh nehm die, ähm, die Tabletts runterbringen... Die kann sie mir auch gerne oben hinstellen, einfach! Ähm... Dann nehme ich mir die von dort! Kann du nicht auch vorrangig holen, oder? Mhm... Ich versuch's und stell's mir dann quasi immer auf die Dinge ins... Aber während ich jetzt die ganze Zeit rumlaufen war wie ein Tabletz... Es geht aber, wenn ich die Tabletz nicht mehr holen muss, das reicht mir... Das spart mir schon mal Weg! Ja, dann muss ich dir nur sagen... Die Brötchentabletz packe ich nach rechts... Das heißt, ich hätte da bitte auch keine losen Brötchen mehr rumfliegen, sondern wirklich nur, dass ich da wirklich immer Brötchentabletz hinlege... Brötchen waren übrigens nur für die zwei Tabletze am Anfang, damit ich nicht rüberlaufen muss... Und dann lagen halt nur die Brötchen, dort hatten keine Tabletten, ich weiß nicht warum... Ah, okay, alles klar! Ne, jetzt gehen wir hin! Ein Fleisch, ein Huhn, Käse und Kartoffeln... Ja, Käse und Kartoffeln... Ich mach den Knopf schon mal... Käse und Kartoffeln... Press? Mh, nicht ganz... Ähm... Danke... Illig, lass das da stehen! Ah! Ich denke, die sollen alle nach rechts... Warte doch, am Anfang ist doch scheißegal! Aber es passt jetzt nicht... Kirschi, lass da links unten ein gelbes Getränk und raus! Links unten, hab ich gesagt... Aber da muss auch ein gelbes Getränk drauf... Von daher ist es okay... Ah! Hm... Ich darf mit dem Fleisch erst raus, ja... Dann lass da oben raus... Äh... Kon, noch ein Käse... Kon, noch eine Kartoffel und eine Zwiebel... Möchtest du? Grünes Getränk... Kashi... Brett? Kashi-Hohn... Danke! Ich hab kein Brötchenbrett! Achso, Entschuldigung... Ich wollte das... Achso, Entschuldigung... Ich darf das da drauf... Kashi-Hohn... Achso, Entschuldigung... Kashi-Hohn... 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 Alter... Ja, jetzt hab ich wieder zu viel Zeug kleinlich und kein... fucking... Brett! Da oben! So... Jetzt braucht ihr auch mal erstmal wieder Überblick... Warum sagst du nicht so viel... Grünes Getränk... Ja, weil ich nicht alles gleichzeitig tun kann... Okay... So, okay... Kashi da oben... Rotes Getränk... Was? Rotes? Ja... Kon... Zwiebel... Kon... Kon... Rotes Getränk... Okay, Käsekon... Käsekon... Ähm... Zwiebelkon... Kashi... Kashi... Huhn... Ah! Blech! Ah, ich bin gestorben! Das ist okay... Gelbes... Gelbes Getränk bei Gelegenheit... Ich wollte nicht das... Ich wollte das... Alter... Es ist wieder alles auf einmal... Fertig... Und ich kann nicht koordinieren... Okay... Lass mich kurz... Durchatmen... So... Zwiebel... Wo ist mein... Warum ist... Okay... Das ganz unten... So... Dann haben wir den... Hähnchen... Alter... Getränk... Hier... Ganz oben... Kirschi... Ja... Es tut mir leid... Es liegt echt an mir... Danke... Ich bin zu lahm... Kirschi das unten raus... Kon... Zwiebel... 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 Hähnchen... Tschüss Kon... War zu viel... Ist schon... Okay... Da hast du deine Zwiebel... Ja... Kirschi... Bretter... Ja... Ich bin dabei... Vielen Dank... Ein Service... Gleich in die Spüle... Bis oben raus... Es ist für das... Dritte... Okay... Das ist dann für... Hier... Oh... Bitte... Brenn dich an... Das ist... Da... Wo ist meine Zwiebel... Zwiebel... Konnen Zwiebel... Konnen Zwiebel... Konnen Zwiebel... Konnen Zwiebel... Konnen Zwiebel... Keshi unten rotes Getränk... Weg weg weg... Nice danke... Konnen Kartoffel... Käse Käse... Ah... Das ist so schön... Kirschi-rotes Getränk. Boah, Junge. Sorry. Kirschi-grünes Getränk auf das untere. Ich hab kein Tablett. Tablett, komm. Oh nein. Oh nein. Doch, wir schaffen das. Was machen wir falsch? Ich bin zu langsam. Ich schaff das jetzt, ich mach das schneller. Vielleicht machst du auch zu viel. Nein, ich kann das. Ich meine, da kann ja nur einer sein. Ja, im Grunde schon. Für mich wär's einfacher, wenn die Tabletts doch so stehen wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das dann hinkriegt. Aber für mich wär's echt leichter. Wie meinst du das? Links zwei, rechts zwei, so wie am Anfang. Krieg mal hin. Dann muss ich nicht die Kurve laufen. Okay, ja Elik, du kannst mir ja immer zwei Stück geben, die kann ich dann rechts hinpacken. Eben. Vielleicht werden wir besser, wenn wir nicht so schlecht sind. Das war schon ein Gerücht. Mhm, mhm. Was war eine Erkenntnis? Und ich brauch immer Brötchen-Tabletts. Weil ich hab manchmal irgendwie drei Pfannenpferde und kein Tablett. Und dann muss ich die irgendwo hinstellen oder hinschmeißen, weil da ist kein Platz. Aber können wir dem Ganzen dann trotzdem, ihr wisst, ich hab eine Links-Rechts-Schwäche. Können wir dem Ganzen dann wirklich eins, zwei, drei, vier die Namen geben? Oben links eins, unten links zwei. Eins, zwei und dann oben? Geht das? Ja. Oder willst du oben und unten? Eins, zwei, drei, vier. Also oben links eins, zwei, unten rechts, zwei. Ich find oben eins, zwei, unten drei, vier. Logischer. Okay. Ein Kreis, 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 okay. Nee, nicht Kreis. Ein Z. Ein Z. Z. Ein Kreis war ja wie bei den Zehen. Erster Quadrant, zweiter. Ich hab's drauf. Wir schaffen das. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, aber fast dann. Huhn. Zwiebel, Zwiebel. Oh, danke. Zwiebel. Ja, ist okay. Hier, noch eins. Danke. Gut. Cashewfleisch. Kon, noch ne Zwiebel. Alles gut. Jetzt können wir noch zwei Schnittebritter erstmal, das ist auch gut. Cashew, oben eins raus. Cashew, oben zwei, rotes Getränk. Kon, Käse. Cashew, unten drei, rotes Getränk. Kon, Käse, Kartoffel. Käse. Käse, Fleisch. Äh, Käse, unten drei, raus. Komm, Zwiebel. Käse, oben eins, raus. Käse, Huhn, Huhn. Oh Gott, noch weh. Huhn, Huhn! Slick, wie Wohnen, Wohnen! Ja! Huhn! Es gibt viel zu tun. Ähm. Körn, Käse, Kartoffel, Käse. Cashew, rechts unten, rotes Getränk. Oh Gott, du hast rechts unten gesagt. Entschuldigung, Entschuldigung. Ah! Oma tot! Pfanne brennt! Friteuse brennt! Okay. Äh, unten drei raus. Oh Gott! Okay, ich mach's selber. Schiffler tot! Oh, mein Käse! Das Tabetta kann raus, was wo der Ausgabe liegt. Ich bin verwirrt. Ähm. Wartet. Sorry. Ich hab das im Griff, ich muss nur kurz koordinieren, weil ich bin, ähm... Wartet, 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 wartet. Okay. Das da muss. Alter. Links oben raus. Links. Eins. Ja, eins. Oben. Alter. Raus. Äh. Äh. Unten gelbes Getränk. Unten gelbes Getränk. Bei beiden unten gelbes Getränk. Con Kartoffel. Okay. Ja. Warni, was brauchst du an Fleisch? Beides. Zwiebel ist fertig. Da links. Genau. Ähm. Nochmal beides hier. Oh, ich hab so viel zu machen. Nochmal beides. So. Con, die kannst du mir die dreckigen Dinger geben, schnell. Was da? Grünes Getränk. Und dahin. Entschuldigung, Elik. Entschuldigung, Elik. Passt schon, ach, kein Ding. Äh. Zwiebel. Schütte. Das kann doch hier raus. Aber. Ja. Okay, Entschuldigung. Was brauchst du? Fleisch? Fleisch, ja. Huhn. 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 Kashi, das links oben. Ich mach's da. Du warst gerade voll. Ähm. Okay. Ich bin gestorben. Oh nein. Oh Gott. So, Kartoffel haben wir zweimal. Du brauchst noch mal Kartoffeln und Käse. Oh, ne, die, 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 die. Ja, gelbes Getränke rechts unten. Was brauchst du, Vanny? Ein gelbes Getränke rechts unten. Ja, ich mein, als nächstes zum Stimmeln. Un, Fleisch. Oh, noch ein, gett danced travelled. Ach, shit, ich habe Conan nichts gesagt. Kartoffel, Käse, Zwiebel. ja wir brauchen aber noch 100 punkte jetzt wenn wir jetzt nicht 20 mal irgendwie runter gefallen werden ja das war echt gut ich verpeile irgendwann immer kommen die sachen zu sagen das problem ist das problem ist dass ich irgendwann komme ich nämlich selber durcheinander ich gucke was hast du auf den tabletten was muss ich da noch vorbereiten und ich habe das gefühl wenn ich den dinge einfach voll packe weißt du aber nicht mehr wohin damit das auf keinen fall ja das recht ich habe nur verpeiltet sie zu sagen gut wichtig durch leerlaubs mein abstürzen war nicht so gut du kannst du doch einfach mal ansprechen und sich das hat nämlich gerade vor wenn ich dann leerlauf hat durch die sache mani was aber ich bin so besser mit dem vierter brett ist für mich einfacher okay du kannst du ruhig brötchen zu werfen käse kartoffel hohenfleisch käse ok käse tot toter käse oh nein so grünes getränk okay ist schon ja hab ich schon gemacht mache ich am anfang immer so käson ja das rechts oben als zwei oben Äh, Kornenzwiebel. Ach, die ist nicht fertig. Komm schon. Köschi, links eins, grün. Getränk gelb machen. Ja. Nice. Köschi, da unten gelbes Getränk. Kornenzwiebel, Kartoffel. Köschi, Fleisch. Korn, Kartoffel, Käse. Musst du gleich erstmal einen frei machen? AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Weck! Wollen wir noch mal neu anfangen? Ja. Warum? Ja, okay. Ja. Voll gut dabei. Oh. Nein. Das war so gut. Und der Käse kam und die Oma war weg. Ich hab vor Schrecken hinterher geflogen. Ah, Kartoffel, Zwiebel, Fleisch, Fleisch. Huh. Ah. Ah. Oh Gott. Hast du das Brötchen aufs Tablett getreten? Ja. Gut. Kartoffel, Zwiebel, Huhn. Ah. Köschi, oben eins raus. Köschi, unten eins raus. Huhn. Kornen, Käse. Kornen, Zwiebel. Köschi, oben zwei raus. Köschi, Huhn. Danke. Ich hab das im Griff. Oh. Was brauchst du? Zeit. Okay. Links eins Getränk. Grün, aber das ist das. Warte. Ja. Mach Grün drauf. Aber stell's ab. Bring erst das. Rot. Rot. Gib mir Rot. Rot. Ich tue den, den ich nicht tun sollte. Ähm. Getränke. Huhn. Kartoffel, Käse. Kartoffel, Käse. Das wurde da hingepfiffen. Kartoffel. Käse. Kartoffel. Käse. Ach, Scheiße. Käse. Hier oben. Käse eins Getränk. Und raus. Wo? Ich hab mich selbst verwirrt. Schitte. Kacke. Da, 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 da. Käse, das links eins raus. Oben eins raus. Ey, dieses oben unten macht mich irre. Ja, du musstest auch gar nicht oben unten sagen. Ähm. 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 Kartoffel und Zwiebel. Rotes Getränk, bitte. Ne, Kartoffel. Zwiebel. Zwiebel, Käse, Zwiebel. Anni, was braucht man Fleisch? Zwiebel. 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 Dritter Frontierkorb, bitte. Wenn ich den Käse reinwerfen kann. Ja. Ja. Noch ein. Alter. Tja. Ahem. Geli, da muss ein rotes Getränk drauf. Geli, da muss ein rotes Getränk drauf. Gelb, bitte einmal Getränk machen. Ich hab kein Tablett. Tablett sind auf dem Weg. Manni, was brauchst du? Äh, weiß ich nicht. Ja. das da kann so käse zwiebelkäse hier kann das hähnchen drauf und der käse man hier hat er okay und da muss hier noch fleisch drauf okay also bosse fleischhuhn ich habe das darüber geworfen so dass unten raus aber dann können kartoffel käse zwiebelkäse raus ob die rotes getränk schon ja das warte wir haben noch acht das untere raus oben das rote getränk drauf und raus also eine halbe stunde für dieses level ich habe ich weiß nicht warum ich und hänger hat bei dem auf einmal so lange die vierte platz da sind geht und sobald die ersten vier raus sind ist so äh